Sinten Herzlich Willkommen ich bin der liebe Gatso und ja ich bin jetzt hier neu auf YouTube und dachte mir ich fange gleich mal mit einem ARK Let's Play Video an dieses Video ist hier dargestellt im Sinne von einem Stream ich bin nicht der Beste in ARK aber wir werden das alle gemeinsam schon machen so jetzt muss man sich hier level das ist der wichtigste Gewicht mein Freund hat mir immer gesagt Gewicht ist das allerwichtigste gut das ist auch so ein kleiner kleiner süßer Fratz die der läuft schon die ganze Zeit hinterher ich weiß nicht ob der freundlich ist er ist wahrscheinlich freundlich sehr definitiv so Machen wir nochmal einmal zur Gesundheit das level ich jetzt so wie kann ich denn jetzt sehen wo ich was herstelle oder ich kann jetzt sehen wo ich was herstelle ein Augenblick wunderbar auf Herstellung da, und wie kann ich jetzt was herstellen? Fasern, woher kriege ich Fasern? Ah, da kriegt man Fasern her ich hab Steine Ok, und jetzt? Kann ich jetzt... Kann ich doch Klamotten bauen, oder? Oh, ich kann sogar einen Stacker weg noch mal Gewicht Was level ich jetzt? Mach ich noch mal ein paar Klamotten Also, die Schlinge, glaube ich, sind besonders wichtig So, hier sind auch ein paar Spiele auf uns zu bauen Aber ich hab gehört, das Allerwichtigste, was man machen muss, ist, man muss eine Basebombe wie sammle ich jetzt was auf? Eine Fackel brauche ich Feuerstein Wo kriegt man Feuerstein her? Das sieht auch aus wie Feuerstein, oder? Perfekt! So, ganz wunderbar, ganz wunderbar, ganz wunderbar Kann ich eine Fackel bauen? Oh, ich kann sogar einen Helm bauen Oh, da haben wir einen Zuschauer Herzlich willkommen mit dem Stream Ich bin der liebe Gatso Oh, da haben wir einen Haufen Hier oben bald Ich weiß nicht den Tornen Ganz wunderbar, ganz wunderbar, ganz wunderbar, gut. Ich bin mir nicht sicher, ob ich leise bin oder laut, ich stelle mich auch mal ein bisschen lauter. So, hallo, 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 test, test, test. Ja, das ist so viel ausweck. Oh, was ist denn das für ein so-zieses-zieses? Oh, mein Otter! Oh mein... Oh, und die du? Die kenn ich, die kenn ich draußen. Hä? Komm, komm, ich töte dich. Warte. Ah, jetzt kann man den Sam, jetzt kann ich den Sam, oder? Jetzt probier mal so, nicht den auch zu töten. Okay, die laufen weg, die kann ich nicht halten. Dann hatte ich doch nichts. Das ist irgendwie so groß wie so eine Fluchstrebse. Fleisch. Öl, schwarze Perle, Lithiumperle. Kann man auch mal ein bisschen später für einiges. Oh, ich hab Hunger. Wir haben ja Beeren gesammelt. Also, jetzt geben wir die Beeren. So, wie weit ist er mit der Zemmung? Oh, noch nichts. Jetzt nehmen wir mal die Beeren wieder raus. Und geben wir ihm mal das Fleisch. Ah, das ist er. Ja, und da haben wir unseren ersten Dino gezähmt. Such, na geht das. Okay, wie hab ich jetzt... Was hab ich jetzt gedrückt, um in den Chat zu kommen? Warte. So. Hi. Verbündeter. Nee, das ist es nicht, oder? Nee. Ich weiß es nicht. Was schreib ich jetzt mit dem? Hm, äh... So. Okay, ich weiß es jetzt nicht. Bin ich jetzt im Global Chat? Gute Frage. Tut dich nicht mehr mit? Irgendwie konnte man doch ein Dino einen Namen geben, oder? Äh... Befehle. Optionen. Die Lufthusung zu... Da, Namen ändern. Gut, nennen wir dich doch mal... ...Win nennen dich Junior. Das ist doch ein perfekter Name. Junior klingt groß, stark und männlich. Und auch so niedlich. Okay, äh... Okay, hier kommen immer mehr große Viecher. ...die ich mich nicht unbedingt anlegen will. Okay, nee, die scheinen... ...wenn mal, konnten wir nicht auch irgendwie anders in den Chat gehen, ohne irgendwas schreiben zu müssen. Das ist eine Ente. ...die du da blingst... ...ist das ein Fisch? Ui, der greift mich an, 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 der greift mich an. Junio, raus aus dem Wasser! Oh, da ist noch ein Tilo. Ah! Greift er mit mir? Das hier? Ja. Okay, ähm... Die können's ruhig wissen, ne? Okay, die Axt ist ja da. Ich bin schon wieder hungrig. Kann, dann kann man die Schwarzen werden essen, ich glaub, die sind giftig, oder? Na, guck mal, wer jetzt schon wieder da ist! Ja, hallo! Ich bin schon wieder hungrig. Wie kann man denn Hunger? Wir müssen uns, glaub ich, ein bisschen auf Essen leveln. Junior! Oh, der, auch der kleine Rackerau, der rennt weg. Hat ihnen hier irgendwas Angst gemacht, oder so. Gut, äh... Was sind denn das da für welche? Okay, die sehen ein bisschen gruselig aus mit deren leuchtenden Augen, ich hab mich ein bisschen fern von denen. Das ist nochmal ein, die Lofasaurier. Können wir auch Junior irgendwie zum Kampf schicken, oder geht das nicht? Ja, komm, Junior, gemeint, dann schaffen wir das. Gut gemacht, Junior! Ich geb dir mal das Fleisch, das ist ja ein Fleischkasser. So, und wir sind schon sehr, sehr weit auf der Entwicklung. Hier. Okay, ich brauch mal ein bisschen, ein paar Sachen ab. Ich brauch ein bisschen Stroh. Und, oh, da ist schon wieder so ein Ding. Sind sogar ganz schön viele von denen. Ne, nicht Twitch. Ich mach auf YouTube. Auf YouTube streamen, ja, ich mein Freund. Oh, 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 oh. Ne, 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 lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Komm, Junior, ins Wasser. Oh, Gott sei Dank, lass uns in Ruhe. Das sind so viele. Wie viele waren das jetzt? Drei, vier? Ich sterbe gleich, ich brauch was zu essen. Und ich muss ein Feuer machen. Wie baue ich denn ein Lagerfeuer? Muss ich gleich mal gucken. Ich brauche Bären. Bären, die bekommt man ja aus dem Pferd. Bären. Öffnen wir uns mal auf. Ja, machen wir nochmal Gewicht. Machen wir mal. Stroh, ne Wand, ne Decke, eine Tür. Oh, und mehr kann ich nicht machen. Wann ist es nicht gerade eben noch kalt? Was brauche ich für ein Lagerfeuer? Stein brauche ich noch. Kann ich hier auf einen Klinik, wenn ich... Ja, perfekt. Oh, Feuerstein bekommt man da auch raus. Bekommt nicht mit einer Spitzhacke eigentlich Meerstein? Ne, jetzt bekomme ich nur Feuerstein. Oh, ich habe sogar Metall bekommen. Okay, ich habe einen Kommentar bekommen. Lennart! Moin! Schön, dass du eingeschaltet bist. Bist du einer von den Spielern hier auf dem Server? Ich habe mir gerade eben ein Dino gezähmt. Ich habe ihn Junior genannt. Ich suche gerade nach einem... Mein Kumpel hat mir gesagt, man braucht hier in dem Spiel einen guten Base-Bot. Das... Das ist schon wieder so ein kleines Süßes. Da... Aber das ist wieder der gleiche. Finde ich voll süß. Der ein kleiner Mann? Der sieht gefährlich aus. Von dem halte ich mich lieber fern. Ja, das sieht noch gefälliger aus. Der kommt zu mir nicht nach. Der kommt zu mir nicht nach. Ich gehe lieber weg von dem. Wie kann ich nochmal... Ja. So, äh... Ich glaube, ich fange auch gleich mal an, mir ein Haus zu bauen. Erstmal brauche ich noch ein Lagerfeuer. Schon wieder kalt. Bevor ich hier noch erfriere. Äh, ne, das ist nicht mein Server. Ich habe den vor ein paar Tagen schon mal gefunden. Aber als ich ja letztens einmal angefangen hatte, kurz zu spielen, ganz kurz, war ich bis auf Level 4 hochgekommen. Ja, und dann war mein Charakter weg. Jetzt und jetzt mach... Einfach nur mal ein bisschen... Das sind die Finger wieder. Ne, 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 ne. Ah, die greifen mich an! Ja! Ins Wasser, ins Wasser, ins Wasser, ins Wasser. Das ist... Das ist einer der Fische, die mich angegriffen hatten vorhin. Wo ist Julia? Ach, da ist Julia. Ach, dem geht's gut 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 gut. Lass uns mal hier rüberschwimmen an den Strand. Und da steht irgendwas im Wasser. Zantschinen. Gettet! Wir sind gerettet! Ach so. Ich ver... ...ich erfriere gleich und verhungere gleich. Das ist ein Problem, das ist ein Problem. Okay, das Lagerfeuer, das Lagerfeuer, das Lagerfeuer, das Lagerfeuer. So gut, und ich hab doch... ...einander öffnen. Holz rein. Und ich esse ein paar Bären erstmal. Puh, das war knapp. Wie viele Leben hab ich noch? 31 Leben? Ach, ey. Werden wir dich mal auf Schaden? Ist immer gut. Hast du ziemlich so gelesen? Nein, den meinst ich. Lass mir noch mal ein paar Bären. Kann ich hier... ...zwei vielleicht wegnehmen? Jo. Okay. Oh, ich hab drei Zuschauer jetzt. Dafür, dass ich neu auf YouTube bin, geht's gerade mit dem ersten Stream ziemlich gut ab. Bin ich froh darüber. ... 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 tun ja passiv 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 komm her er ist zu stark tun wir müssen hier weg ich habe keine chance gegen so einen großen was ist das für ein großer ist das ein hai was ist das sieht aus wie ein delphin nur die flossen sind mehr konnte ich gerade nicht lesen das ist ein raptor ich brauche mir ein bisschen rüstung ich glaube auch ein sperr macht mir noch mal schaden das hier ohne steinschleuder kann er lernen das mache ich hier runter so junior komm her soll ich versuchen den raptor anzugreifen glaubt ihr ich schaffe das du bist auch ein level up ich mache dich mal auf leben ich hätte irgendwie gesehen dass man dinos einen hut aufsetzen kann aber das geht bei dem nicht oder kann man das nicht ich brauche ein bisschen mehr leben wo ist er denn jetzt hin auch hier junior komm die verdrücken uns ah ne da hinten ist er ach die sonne jetzt sehe ich ihn junior mach dich bereit ok ne er geht in den wald dann gehen wir lieber hier weiter abstritten lang sollte ich den raptor angreifen was meint ihr ich bin ja jetzt auch ziemlich gut ausgerüstet ich habe jetzt rüstung und ein sperr was ist das sperr skin act skin was ist das ein raptor kustümen das ist diese komische selphien es ist nächstes kleiner wo ist denn der raptor hin Oh, jetzt hab ich sechs Zuschauer. Oh, da ran weg. Ich dachte, ich wollte ihn töten. Okay, aber wenn hier schon ein Raptor ist, dann glaub ich nicht, dass das so sicher ist hier. Ich geh mal lieber noch ein bisschen weiter. Gestern hab ich hier auch, als ich hier gestern auf dem Server war, da hab ich hier, hab ich da hinten am Fluss ein Spino gesehen, bevor ich meinen Charakter verloren hatte. Oder war das ein Spino? Ich glaube, die Großen da mit dem Wegel auf dem Rücken, das ist ein Spino. Gibt's da auch noch eine kleinere Version davon, glaub ich. Den kann man, glaub ich, töten. Da oben ist irgendwas. Also das ist der Raptor. Das sind Schildkröten. Töten die den Raptor? Ich glaub, die töten die den Raptor. Uh, das sind zwei Schildkröten. Und jetzt haben wir einen Raptor getötet. Und jetzt haben wir einen Oh, hier ist Andilo Versaurier. Level 36. Der ist stark, der ist bestimmt stark. Nein, nicht Junior. Junior, kannst du dann? Der ist doch gar nicht so stark. Aua! Junior! Nein! Irgendwer hat mich gerade, irgendwer hat mich gerade mit einem Petrano gegriffen. Oder? Ah, das seid ihr doch, Lennart. Ja, ihr habt schon einen Petrano dann? Ihr seid ja richtig weit. Was sollte das? Ich dachte, wir machen Frieden. Was ist denn das? Das ist so ein Mantarochen. Das ist so ein Mantarochen. Ich dachte, wir wollten Frieden machen. Ich dachte, wir wollten Frieden machen. Das ist so ein Mantarochen. Das ist so ein Mantarochen. Ich bin gleich tot. Ja, hey, was soll denn das? Das ist ein Ei, das ist ein Ei, das ist ein Ei. Das ist ein Ei, das ist ein Ei. Okay, wenn ihr keinen Frieden macht, dann mache ich auch keinen Frieden mehr mit euch. So, das war's. 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 Okay. Oh! Was soll denn das? Habt ihr nichts besseres zu tun? Und schon wieder gestorben. Oh! Okay. 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 Ich versuche jetzt Junior zu retten. Junior ich komme! Was ist das? Oh hier ist eine Kiste. Kann ich die öffnen? Oh. Was? Ah! Ah! Mach ich mir mal ein bisschen Geld. Mach ich das? 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 Oh ein Bogen. Den mach ich auf jeden Fall. So und ein Sattel? Ein Fernrohr? Ah! Ich hab Durst. Ich brauch Wasser. Ich weiß nicht wie lange ich, wie lange dieser streamen wird. Der wird, dann werde ich bestimmt so ein paar, noch ein paar Minuten machen, bis ich so einen guten Base-Bot gefunden habe. Wo ich dann erstmal anfange zu bauen oder so. Vielleicht... Vielleicht arbeite ich noch nach dem Streaming ein bisschen an meiner Base. Ja! Oh Gott! Ich hab mein Inventar geöffnet. Ich hab keinen Fallschaden bekommen. Okay. Das ist glaube ich... Bisschen verglitscht hier. Gut, 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 gut. Ne. Ist das Thunio? Ich hätte ja Thunio auf aggressiv gemacht. Ne, das ist nicht Thunio. Keiner von beiden. Hm. Hm. Keiner, der Diure. Keiner! Keiner, Keiner. Keiner, Keiner Keiner. Oh, hier kommt was runter, das sind glaube ich, das hier sind Loot Drops, das weiß ich auf jeden Fall. Ich glaube ich, doch nicht. Junior, wo bist du? Konnte man nicht irgendwie sehen, ob jemand gestorben ist oder ein Dino? Ja, das ist doch sowas. Hier so, oder? Nee. Nee. Ah. Kann ich den jetzt? Track all. Da hinten ist er. Oh, der ist aber weit entfernt. 300 Meter. Junior, ich komme! Na, der ist tot. Das sind überall diese Fische. Oh. Die hat nun vorhin eine Schildküte getötet. Das kann man nicht mal aufpassen. Die Schildküte hat nämlich einen Raptor getötet. Da müssen die hier wohl stark sein. Junior. Boah, komm zu Papa! Kann ich die Erfolge verfolgen? Oh, Junior ist bis nach raus zu meiner Leiche geschwommen. Oh Gott, da hinten ist der Hai! Oh, bitte greift er nicht Junior an! Junior! Aber wenn da hinten ja schon mal meine Leiche ist, dann kann ich die doch auch gleich holen, oder? Oh Gott, ich habe keine Ausdauer mehr. Dann geht mir einmal kurz an die Land. Auf der Insel könnte man, glaube ich, bestimmt bauen. Aber da muss ich immer so lange schwimmen, bis ich wieder ans Land komme. Das würde sich, glaube ich, nicht so... Irgendwann kann man sich auch ein Boot bauen. Vielleicht baue ich mich hier bald auf, ja. Die Bucht kann man gut absichern. So könnte ich so... Da könnte ich dann dort so eine richtig große Haiarmee machen. Wenn ich mal irgendwann so weit sein sollte und einen zähme. Ja, wie zählt man eigentlich ein Hai? Die sind ja unter Wasser. Ist das wie mit einem Delfin, dass man denen... Dass man denen was ins Eventar geben muss? Oder... Naja, dann bestand ja irgendwie, dass man die erfüttern muss. So Junior, du wachst hier. Warum ich alleine spiele? Ähm... Nja... Ich wollte einfach mal ein bisschen Ruhe ein kleines Art-Let's-Play machen. So, dann... Alles übertragen und... Oh Gott! Schnell raus! Schnell raus aus dem Wasser! Ah! Nicht sterben! Nicht sterben! Komm! Du bist gleich am Land! Oh, das war knapp. Junior, komm her! Komm weg vom Wasser! Am Ende springen die noch raus! So, was ist das? Das ist sicher voll nicht. Ne, das brauche ich nicht. Das ist das Survivor-Item. Das ist, was ich hier habe. Das ist das, was ich hier im Arm habe, oder? Wenn ich jetzt hier mein Inventar öffne, dann sieht man das so ein bisschen... Oh, du bist ja Level Up! Was weiß ich, oder? Einmal das hier... Hier... Und einmal das hier. Hm... Sollte ich... Sollte ich nie hier eine Base bauen, oder weiter suchen? Was meinst du? Oder was meint ihr? Oh, wer guckt mir denn da noch zu? Oh, jetzt guckt mir wieder zwei zu. Was glaubt ihr? Sollte ich mich hier auf dieser Insel eine Base bauen? Oder sollte ich lieber weiter gucken? Wer ist denn hier? Wer ist denn hier? Das... 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 Das sieht gefährlich aus. Das... 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 Das weiß ich, das weiß ich. Ich habe nämlich vorher schon einmal gegen einen gekämpft. Warte mal, ich habe doch die Bola gelernt. Ein Bogen kann ich mal aufbauen. Ein paar Pfeile mache ich mir. So, und jetzt? Okay, dann gehe ich mal weitergucken. Oh, ich brauche wieder was zu messen. Oh, ich habe Bären. Ah, ein Knüppel. Was mache ich? Hier oben ist ein Sattel. Ein Fiumia-Sattel. Was ist denn ein Fiumia? Ich weiß nicht, wofür ich bin Pinselbraurer, aber dann werde ich bestimmt irgendwann brauchen. Warte mal, ist das ein Fiumia? Ja, das ist ein Fiumia. Aber mit dem lege ich mich lieber nicht. Machen wir mal den hier. Der hat einen niedrigeren Level. Und, nee, warte mal. Soll ich den töten, oder? Soll ich den 10? Wozu ich den 10? Das mache ich vielleicht. Den Kribbel mache ich mal hier runter. Ich habe ja den Speer jetzt nicht mehr. Gut, ich versuche den jetzt mal bewusstlos zu schlagen. Boom! Oh nein, nicht angreifen, nicht angreifen, nicht angreifen, nicht angreifen. Schlaf! Die Schlafen, der Sandmann ist da. So, und jetzt ist er berufslos und... Was frisst denn der? Frisst der Fleisch oder Bären? Ich lege mal beides rein. So, was frisst er jetzt? Ich glaube, der frisst das Fleisch, oder? Warte mal, wovon wird denn gleich weniger? Oh, jetzt hat er keinen Hunger mehr, jetzt, wo ich das Invertarer geöffnet habe, oder wie? Tja. Ne, er frisst die Bären. Dann nehme ich das Fleisch wieder raus. Ich baue mir ein Lagerfeuer einfach mal hier. Dann kann ich auch gleich das Fleisch braten. Ich baue mir ein bisschen Holz. Gut, das müsste reichen. 19 Holz, okay, ich baue vielleicht gleich den Baum ganz ab. Na, Junior, und wie gefällt's dir hier? Also, eigentlich finde ich die Insel ist doch ganz geil. Guck mal, hier sind auch überall diese... diese hohen Klippen. Wenn man dann hier in der Mitte bauen will, wäre man darauf gut geschützt. Außer natürlich, man hat so einen Flieger wie die von vorhin. Oh, der ist jetzt schon gezähmt? Parasaurus. Jetzt sind wir ziemlich weit in der Entwicklung. Den Bogen mache ich mal auch hier runter. Was brauche ich denn um den... Leder. Leder bekommt man von hier runter. Das weiß ich nicht. Ich werde wahrscheinlich aber die nächsten Videos... Also, die nächsten werden, glaube ich, keine Streams, sondern Videos, die ich dann schneiden werde. Davon werde ich mal stark von ausgehen. So, ihr beiden, dann kommt mal mit. So. Ich bin da ganz schön schnell. Deutlich schneller als die beiden. Okay, hier sind überall Steine. Da müssen wir ganz schön viel aufräumen. Ist doch eigentlich ganz gut zum Bauen. Aber ich gucke mal trotzdem weiter. Zeigst du nicht an, noch was Besseres. Gibt es aber auch keine Flaschwasser, oder? Oh, der ist Level 20. Den Greif ich lieber nicht. Die da sind... ...n bisschen zu stark. Nee, hier sind jetzt gerade nur starke Böhmens. Wobei, wenn ich auf den Bogen draufgehe, dann müssen wir den da doch besiegen können. Oh, ich habe ja noch eine Pola. Okay, ich habe gerade ein bisschen Angst, nicht, dass wir den da jetzt aussehen angreifen. Okay, das stört jetzt hier ein bisschen. Kann ich das irgendwie ausmachen? Oh, warum geht der denn genau so nah an dem Stigosaurus ran, ne? Oh, der hat die Lüge sieh. Angriff, angriff, angriff. Oh, das ist doch noch nicht klar. Ich habe die Läder bekommen. 26 Läder. Hast du auch welches? Nee. Du brauchst vielleicht ein paar mehr Bären. Wo kann ich den Sattel jetzt bauen? Nee, 80 brauche ich. Ich habe 72. Ich brauche wieder was zu essen. Das sieht einfach mal die ganzen Bären aus. Ganz wunderbar. Ganz wunderbar. So. Eine neue Nachricht. Wird gelesen. Winke, winke. Okay. Wenn das eine Verabschiedung ist, dann grüß dich. Man zieht sich demnächst wieder. Tuniaus. Wobei, jetzt finde ich den Namen gar nicht mehr so gut. Kann ich den irgendwie ändern? Von der Mitglieder an aus. Stamm, um. Ja, hier. Was wäre denn ein guter Stammname? Stammname. Nennen wir uns mal die Abenteurer. Das ist ja was wir hier machen. Wir erleben ein Abenteuer. Okay, ich denke mal, das reicht erstmal mit Essen. Das restliche Fleisch gebe ich dem hier. Ich bin ein Läffler. Ich brauche mal ein bisschen Bewegungsgeschwindigkeit. Möchte ja nicht gleich von allem gefressen werden. Das ist gut. Das könnte man gut gebrauchen. Sättel mache ich immer gerne, aber... Ich gucke lieber erstmal nochmal. Ist noch ein Sattel? Hier sind Schilde. Trommeln. Ja, okay. Ich mache erstmal nur ein Nützliches. Holzbarrikaden werden wahrscheinlich nützlich sein. Kochtopf könnte man bestimmt auch gebrauchen. Mehr kann ich nicht erlernen. Oh, jetzt habe ich keine Zuschauer mehr. Das ist schade, aber so ist es halt. Auf dem Server ist gerade niemand mehr. Oh, da unten ist ein Hai im Wasser. Ja, wie komme ich denn jetzt von der Insel runter? Ich baue mal noch eine Bola. Vielleicht noch... Ich mache mal drei. Um vermehrt Pfeile. Das ist schade. Das ist schade. Ich komme jetzt zuerst. Ich habe mal eine Bord. Ich bin da nochmal. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Also ich würde schon gerne von der Insel runter. Ich habe jetzt auch nicht vor gehabt, hier die ganze Zeit zu bleiben, bis ich irgendwann mal ein Boot bauen kann. Ich kann ja bestimmt jetzt noch lange kein Boot bauen. Also irgendwie muss ich von dieser Insel runter. Ich versuche mal doch so ein Ding nochmal anzugreifen. Ich muss mal wissen, wie stark es ist. Das ist auch nicht so gut, wenn wir 16. Wobei, er könnte bestimmt schon stark sein. Ich gucke mal, ob man den bohlen kann. Oder ich könnte vielleicht auch versuchen, so einen zu zähmen. Aber ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Okay, tüten, 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 tüten. Los, 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 los. Und jetzt haben wir ihn. Das Leder nehme ich. So, und? Was fehlt mir jetzt für den Satten? Fasern. Die bekam ich doch aus... Fasern. Gut, schönes Ding. Was schreckt er denn da in den Chat, totz? Bin ich damit gemeint? Schreib einfach mal ja. Ich gebe dir mal ein paar von den blauen und von den roten Bären. Lillanen hoch. Ich glaube, wie ich das gehört habe, Lillanenbären fräsen die Pflanzenfresser am liebsten. Was von den Paras mögen, ganz besonders von den roten. Wenn ich das weiß, aber... Warte, ich müsste doch jetzt einen Sattel bauen können, oder? Jaaaa, und schon geht der Forkshot voran. So, jetzt bin ich genauso wie die anderen. Die haben zwar einen Flieger, aber ich kann jetzt auch ein Dino reiten. Ich soll in die Party kommen und muss er mich einladen. Wenn er will, dass ich mit ihm spiele. Vielleicht kann er ja mal einen Tribe. So, jetzt erlernen wir den letzten paar Sachen aus Holz vielleicht. Ja, das war's schon. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Komm schon! Komm, wir schwimmen schnell an Land, wir schwimmen schnell an Land. Wie ist denn das? Wo ist denn das? Der muss ja mich einladen. Huh, jetzt so ne Kiste. Oh er ist auch wieder neu. Junior! Komm schnell! Du darfst nicht sterben. Oh, gleich sieben Level. Ach Gott sei Dank, Tümi hat es geschafft. Wir machen mal ein bisschen Leben. Ausdauer. Schaden. Ich habe zwei Level. Machen wir mal auch Ausdauer. Und auch mal Schaden. Gut, den Ei haben wir abgeschüttelt. Jetzt gucken wir mal unseren Unterklick hier. Hier drüben ist ein Ei. Und da ist ein Mann terrochen. Mit dem will ich mich nicht anlegen. Da... So kalt hier im Wasser. Oh, ich hab grad gedacht... Greifen die mich an? Okay, ich glaub, die wollten mich grad angreifen. Nein! Junia! Er fliegt zu Junia. Nee, er fliegt zu Junia. Nee, er fliegt Bo... Okay, okay. Junia, komm schnell! Also, ich konnte hier irgendwie brüllen. Kann ich... Jetzt hab ich da irgend so'n Effekt. Jetzt brülle ich irgendwie ganz leise. So greif ich an. Okay, springen kann ich nicht. Ah, ich kann... Feind entdecken! Aber das sind doch Feinde. Dann wollten sie mich doch angreifen. Wahrscheinlich greifen die einen nur in der Gruppe an oder so. Ein Paarer? Ich bin jetzt starke... Ja, okay, jetzt... Er hat mich ja jetzt eingeladen. Ich komm gleich in die Party. Ich schreib ihn mal... Mach ich gleich. Mach ich... Gleich. Junia hat den sogar alleine geschafft. Jetzt bin ich aber beeindruckt. Was? Hast du denn irgendwas... 116... Flyfer Junior jetzt? Das Leder nehme ich. Warte mal, kann man mit den... Eigentlich Wolfbeeren sammeln? Ah, ja, kann man. Aber Faser nicht. Das ist... Durch den hab ich jetzt einen guten Essenssammler. Lauf mal... Oh ne, da sind schon wieder diese Dinger. Oh nein, ich krieg ihn nicht, ich krieg ihn nicht. Tu mir! Wir müssen ins Wasser! Nein, Junia, Junia, Junia! Bleib im Wasser! Bleib im Wasser! Bleib im Wasser! Das sind... Ich bring euch an! Wenn die jetzt weg? Ich glaub, die rennen weg. Ich bring euch jetzt in Ruhe. Ich glaub, ich kann mich damit unsichtbar machen oder so. Okay, die greifen mich an. Die greifen mich an. Die greifen mich an. Ja komm, wir müssen uns beeilen! Oh, ich hab keine Ausdauer mehr. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ich brauche auf jeden Fall mehr Leben! Tu mir, komm, wir führen auf die andere Seite. Ich muss erstmal ein bisschen Ausdauer wieder. Okay, gut. Das müsste reichen. Die sind viel zu stark. Oh, da ist ein Hai im Wasser. Dann rühren wir doch an Land. Ach, hier sind wir ziemlich stark. Haben wir ja gesehen. Also gut. Dann laufen wir. Junior! Komm! Komm, bei Fuß! Erstmal töt ich jetzt nichts. Ich bin am Strand. Ich bin am Strand. Okay, kann ich jetzt hier rüberschwimmen? Oh nein! Wo ist Junior? Oh, bitte! Wurde der nicht getötet? Junior! Oh Gott! Oh, bitte nicht! Junior! Nein! Nein! Ich glaube, sie haben ihn getötet. Ne, da hinten ist er, glaube ich. Junior! Ich komme! Kommt! Oh! Oh mein Gott, es klappt! Es klappt! Oh! Ne, jetzt klappt mich irgendwelche Insekten an! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! wo ist junior wurde er getötet ich weiß es nicht achte da ist er ja ok junior bist du den hail? oh doch da ist der hail schwimmen wir ein bisschen hier lang aber wir schwimmen jetzt auf die andere seite oh nein wir schwimmen wieder zurück der hai ist direkt hinter uns kann ich denn angst machen? ah ne ich hab diesen countdown da oh nein die Bühne darf nicht angerissen werden ich rette dich ok von mir rennen sie weg die wollten die Bühne angreifen ach so übrigens wir brauchen einen namen für ihn für sie das ist ein Weibchen hm wie nennen wir sie denn? nennen wir sie doch einfach nennen wir sie doch einfach Gertrud oder ne nennen wir sie ja wie nennen wir denn ein Paranum? wie nennen wir sie einfach mal Erika? wie nennen wir sie einfach mal Erika? ok ich häng hier irgendwie fest eigentlich man kann mit ihnen sogar Sachen sammeln dann kriegt man ziemlich gut Stroh hm hmmm gut Junior komm mal her wir schwimmen hier rüber hier siehts sicher aus ist auch nicht so weit also der andere im Stream hat ja vorhin gesagt man sollte am besten irgendwo am Strand oder an einer Klippe bauen deswegen lauf ich jetzt erstmal ein bisschen am Strand lang oder vielleicht geh ich auch hier hoch ich weiß es nicht ich lauf erstmal ein bisschen am Strand lang und wenn ich nichts finde dann geh ich hier hoch so machen das das ist wieder sehr kall ja ich bin mega schnell im Wasser mit dem Parasaurus hier flimmt auch grad ein paar im Wasser ist so ne Fliege das ist so ein Schleppel ziemlich langsam vielleicht levelen wir die Maus auf die Geschwindigkeit ich gehe jetzt auf die Geschwindigkeit ich gehe jetzt auf die Geschwindigkeit ich gehe jetzt auf die Geschwindigkeit die Schleppel die Schleppel hmmm das sieht doch ganz schön aus hier das sieht mega geil aus hier oben ziemlich nice ich lauf trotzdem erstmal nochmal ein bisschen am Strand rum vielleicht findet man ja nochmal was besseres und jetzt kommt irgendwie auch richtig gut mit jetzt hängt man ja nicht mehr so gut ab naja ich bin schon um schneller willst du naja aber das wird schon das und was haben wir denn hier ja ja das sieht das sieht auch ganz nice aus hier sind auch viele Bäume könnte man gut bauen es ist auch genauso wie auf der Insel gerade einmal schön so richtige Klippenwände also genau genommen ist es ja beides so es ist hinter einer Klippe unter einer Klippe und aber am Strand es ist am Strand ja ich glaube hier baue ich mich auf das sieht doch gut aus hier also ich finde das sieht gut aus hier gut dann machen wir das so gut und dann nee dich auch aufanhalten bauen wir sie uns mal auf und dann fangen wir gleich an ein kleines Haus zu bauen ist auch gar nicht mehr kalt hier sooo eine Foundation braucht man selbst ich fange mal gleich zwei zwei keine ah ich brauche Fasern oh der Server wird gleich runtergesetzt das ist aber nicht so schön fünf vier drei zwei eins Okay. Scheint noch nicht passiert zu sein. Okay. Dann brauche ich vielleicht doch nochmal mein Haus vorher. Okay, es klappt nicht. Wahrscheinlich wurde das Server doch runtergemacht. Ja, ich kann nicht auf mein Dino aufsteigen. Und auch auf niemanden mehr zugreifen. Ja, ich glaube, das Server wurde runtergenommen. Ich hoffe, der Server ist jetzt nicht für ewig weg. Weil wir haben uns ja jetzt gerade richtig gut aufgebaut. Aber ich denke, ich beende dann jetzt den Stream hiermit. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis dahin sage ich auf Wiedersehen.